Herzlich Willkommen auf Gutscheinrausch.de Heute wollen wir euch die mobile Anwendung von Promot vorstellen Mobiles Online Shopping ist heute natürlich keine Seltenheit mehr und mit diversen Anwendungen von Online Shops ist das auch eine ziemlich praktische Sache und hier auf der Startseite kann man zum Beispiel auch direkt auf Oktober Shopping auf Herbstfarben, Black & Blue und aktuelle Trends zurückgreifen auch hier zum Newsletter Also die mobilen Anwendungen sind schon lange keine Ergänzung mehr Sie können sogar den gesamten Online Shop am Computer ersetzen und dass das wirklich funktioniert zeigen wir euch jetzt einfach mal Klickt man einfach mal auf Kollektion kann man zum Beispiel auf Neuheiten gehen Man kann sich hier was anschauen in den Warenkorb legen da muss man natürlich noch die richtige Größe wählen Nehmen wir hier beispielhaft einfach mal irgendwas und ihr seht schon hier sieht man die einzelnen Bilder die man sich wählen kann man kann zum nächsten Produkt drüber swipen und auch das in den Warenkorb legen und einiges mehr Das ist schon mal insgesamt eine ziemlich coole Sache Ihr seht die vielen Kategorien die es hier gibt Oben gibt es noch eine Suchfunktion Man kann aber auch direkt einen Barcode scannen oder halt sagen hier wie gesagt mit den Kategorien ich suche jetzt nur Jeans zum Beispiel diese hier lege die in den Warenkorb in Größe 36 und so schnell funktioniert das Es gibt hier noch ein paar mehr Reiter zum Beispiel gibt es hier Styles angezeigt bei denen man sich ein bisschen inspirieren kann kann man auch nochmal draufklicken so sieht das dann aus wie gesagt ein bisschen Inspiration ist da auf jeden Fall möglich Hier in der Mitte mein Konto wir sind derzeit nicht eingeloggt aus Datenschutzgründen da kann man sonst noch ein paar Sachen vornehmen Im nächsten Reiter der Warenkorb hier haben wir jetzt ein paar Produkte eins sogar zweimal ist natürlich auch möglich und hier kann man natürlich auch sagen dass man das Ganze bestellen möchte Hier gibt es noch den Bereich Fialen Es gibt ja in Frankreich viele Fialen von Promot und in Deutschland auch einige also es ist schon ganz gut sage ich mal aber in Frankreich gibt es natürlich noch viel viel mehr und da kann man natürlich suchen wo sich die Fialen befinden und dann eventuell mal dort vorbeischauen Ja man kann ein bisschen rüberscoren wie ihr seht dann gibt es hier noch den Barcode Scanner und ganz rechts gibt es noch die Highlights auf einer neuen Seite so werden die dann angezeigt hier die hatten wir auch gerade eben schon von der Startseite und ich denke jeder der bei Promot mal zwischendurch online einkauft oder auch in den Stores hat hiermit eine ganz gute Erweiterung kann sich über die aktuellen Trends informieren über die neuesten Produkte und von daher ist es für Kunden von Promot auf jeden Fall ein Pflichtdownload Das war es von uns bis zum nächsten Mal Ciao 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 Am 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 Vielen Dank.